Der Sommer ist zurück und die Bikeparks rufen, deshalb sind wir heute auch zum ersten Mal für diese Saison in der Bikewelt Schönegg. Mit dabei habe ich mein Freeridebike und da schauen wir mal, was heute alles so abgeht und was wir so machen können. Wir fahren jetzt los, let's go! Sie sagt, leave me so I'll live, then I went to California, and I ain't never coming back. You got love, that's what I've been looking for But you can't bring yourself to say no And I ain't never gonna let you go I kept wishing I would die, oh, that whole plane ride home And I wish I could, I know I should leave you alone Gerade eben einmal schön mit dem Vorderrad über die Kurve gerutscht und mir dabei noch ein Bremshebel verbogen. Gerade eben einmal schön mit dem Vorderrad über die Kurve gerutscht und mir dabei noch ein Bremshebel verbogen. Aber naja, gehört dazu. Und da fahren wir mit verbogenem Bremshebel, geht auch noch. Und mal gucken, ich habe heute auf jeden Fall drei Missionen. Einmal so einen schön geneigten 360 wäre cool. Einen Flip mit dem Enduro im Bikepark habe ich noch nie gemacht. Das wäre Hammer. Und einen Fast-Brain-Trop. Wenn wir den hinkriegen wäre auch gut. Gucken wir mal, sollte gehen. den Titel About unseren Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Ich freue mich auf jeden Fall auf weitere solche Tage und wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, ciao!